hallo mein name ist andreas müller und ich suche ganz dringend gebäudereiniger fensterputzer du suchst was neues neue aufgaben neues team ein entspanntes team ein entspanntes arbeiten dann bist du bei uns richtig du kannst mit menschen umgehen dann bist du erst recht richtig du bist interessiert dann melde dich und auf unserer homepage die wir irgendwo da verlinkt haben da findest du weitere informationen ich freue mich auf dich